einen wunderschönen guten tag liebe youtube gemeinde ben und ich haben uns hier auf der kleinen insel utis niedergelassen und eins kann ich euch sagen das ist pures deathmatch und falls ihr mal bock habt mit uns zu zocken wir sind immer auf diesem ccg server hier wenn wir auf utis unterwegs sind joint einfach unserem teamspeak ihr seht immer auf der homepage von uns wer gerade on ist und jetzt wünsche ich euch viel spaß bei dem ersten von drei teilen auf utis viel spaß drei zwei eins ja war gut falcon hier läuft schon ein auto hinter mir irgendwo rosetten kaiser ok random handy jump wo bin ich denn mein gott wenn wir jetzt zwischendurch nicht so viel armer drei also jetzt natürlich auch wieder mit pause gezockt hätte sieht das ja ganz schön hässlich aus ehrlich gesagt findest du ja irgendwie warum ist denn dieses auto hier am laufen das ist eh zu laut da bleib ich lieber bei der akm beste waffe wo es gibt sie erst mal runter dann geht es ich treffe jetzt wahrscheinlich die ersten leute über hier aus ich werde schon geschossen hier oh ja ich bin schon tot ich glaube vom industrie wurde ich gerade schon abgeschossen geht schon gut gut los warte mal ich schieße in strelka kommt schon gerade überall fallschirmjäger runter hin aber die schon ärgern ich sehe ihn ich sehe ihn auf mich wird jetzt geschossen aber ich bin noch gerade am landen ach so wir sollten mal einen groupmanager gelöst machen hier glaube ich ja ich kann auch nicht hier oben fährt ein ach hier fährt glaube ich ein wodnig man hat dich der wodnig- wodnig abgeschossen nein 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 ah ich bin direkt über strelka gespawnt jetzt geschieße ich den typen Oh, das war zu spät. Scheiße. Mach gut. Ja, mach gut. Ich weiß, da war man es mit 180 Meter. 180 ist harte Grenzen zum sicheren Land. Aber ich lade dich mal eben hier ein. In Vite. So. So, ich werde jetzt auch gerne mal einen erschossen hier. Wie war denn der Plan? Ach komm, sterben wir nochmal. Das können wir ja besonders. Ach, du bist direkt vor mir runtergekommen. Ach, du bist bei Strelka wieder da? Oder was ist das? Nein. Das ist jetzt gerade der Fluthafen. Oh, okay. Das ist super sicher da. So, nochmal. Random Halo. Ja, das ist der Relka. Oh, okay. Nochmal. Gut, Strelka ist am Arsch der Welt von mir aus hier. Am Arsch der Welt. Mal gucken. Ich bin gelandet. Ich bin gelandet. Ach so. Ach, ja. So war die Lenkung. Oh mein Gott. Ja, echt. Wenn man das eine ganze Ecke nicht mehr spielt, ey. Da startet gerade ein Heli vom Carrier hier. Ich hoffe, der hat keine Waffen. Hallo. Da fährt doch schon wieder einer. Ach, da ist er schon an Piepen. Ach, da ist der. Da ist ein Jeep. Was ich halt vermisse ist jetzt auf der Maus. Das kann man dann an und raus. Muss ich jetzt wieder über die Tür zu machen. Ach so, das scheiße ist war ja an der Rechtslenker, ne? Das scheiß Jeep. Ah. Die falsche Seite geschossen. War das bei Hama 3 auf dem Maus hat? Ähm. Ich habe neben den Maustasten, habe ich quasi nochmal, ja. Ich nenne es jetzt mal so eine Art Schultertasten. Da kann ich vor und zurück klicken. Und da ist dann auch die Maus, die kann man gerade drauf belegen. Du spielst das doch mit dem Controller. Ja. Äußerst erfolgreich. Wenn man sich mal wieder einen findet in die Steuerung. Alter. Wer oder was schießt auch nicht. Also der Littlewirt wird angekotscht. Also der Littlewirt, der schießt. Ich bin ja hier beim Rumtrampen, ey. In der Weltgeschichte. Ich würde auch gerne nach Strayca kommen. Wenn ich kurz davor bin, bin ich wahrscheinlich wieder tot. Und dann ist vorne nicht wieder irgendwo anders am Arsch der Welt. Oh, der ist ausgestiegen. Ne. Einer von denen ist ausgestiegen. Oh, ich habe jetzt ein PKP. Ich habe mich jetzt nur in Frust. Na toll. Cut. Ist hier gerade einer geswarned, ey? Was hätte mir einer geswarned, ey? So eine Sau. Wo ist der Typ jetzt, der vor mir war? Alter, was hier alles rumfährt. Na gut, das ist eine ziemlich kleine Map. Oh mein Gott, was war das denn für er? Oh mein Gott. Ist das denn wieder mit den NPCs hier? Ja, das NPC-Boot ist da gerade am Strand lang gegurkt und da muss ich natürlich lange rennen, ey. Was ist hier los? Ist hier Krieg oder was? Das Quatsch. Das sind alles nur unentschlossene Leute hier. Alter, da haben sich welche die Ruinen zugebaut, aber gar nicht mal so verkehrt, ne? Ach da, ja, das sehe ich gerade. Bist du da in der Nähe? Ich sehe da einen Mack hier gerade nicht. Ach, ich lande voll für ein Arzt. Ach da. Hallo, ich bin fast voll dir, Ben. Hallo. Hallo. Ja, ich lebe noch. Oh nein, ich lebe nicht mehr. Oh, mein Gott. Liegt hier einer auf dem Berg? Der Sniper, kann das sein? Auf dem Stein mit einer DMR höchstwahrscheinlich. DMR MPN 20. Ja, ich habe das Knallen gehört. Auf dem höchsten Stein da. Und Fallschirm. Hä? Ja, er liegt da noch. Ich sehe den nicht. Ich sehe den. Der höchste Stein quasi hier. Nee, er war da davor irgendwo. Ich bin an dem höchsten Stein. Ich bin links von dir. Ach so, hier ist noch eine Steinräder dahinter. Ja, okay. Hey! 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 Fuck you! Fuck you too! Und? Wenigstens eine DMR? M24. Na, ist doch deine Waffe. Aha. Mit? Insgesamt? Ja, es kommt mit sechs Schuss. Nein, lass mal. Ich push, Mann. Ich push. Ich guck mal da aufs Industrie da drüben. Das ist die Spiele. Gleich immer beleidigt. Ah, da unten. Da fährt ein Umwieger gerade nach Strelka in die Richtung. Ein Umwie. Oh, der schießt da. Ah, nee, der steht vor dem Krankenhaus, oder? Äh, Quatsch. Äh, Schule, Mann. Nein, Feuerwehr. So. Das klingt nach nach voll. Nach nach voll. Was kommt denn jetzt? Das ist der Umwie, oder? Nee, doch nicht. Nee, das ist noch ein anderer. Der Umwie ist noch rum auf dem Berg. Was ist das? Das ist diese gepanzerte, äh, das Kfz. Ach so, dieser Zweite-Welten-Kriegs-Schützenpanzer von den Deutschen, hätte ich fast gesagt. Ja. Naja. Weiter geht's. Hier kommt noch was hergefahren, hörst du? Irgendwo rechts von uns. Oh, nein. Das ist ein Flugzeug, oder? Das ist ein Motor-betriebener Fallschirm. Ach so. Wir haben da so einen, so einen Sightseeing-Typ hier, oder? Hm. Arigato. Also, ab alle Arten. Hier ist keiner in der Stadt. Waffenkisten noch über... Hier liegen doch sonst immer 20.000 Waffenkisten durch die Gegend. Ah, da liegt eine Waffe. Waffe. Ja, ist gut. Aber, gut im Haus. Na ja, genau, der macht so eine bescheuerte Rolle anstatt einfach rüberzusteigen, ne? Na, rüber. Nehmen wir hier aber? Nichts. Oh, ein M249. Wo sind denn die ganzen Kisten? Da hätten ist noch ein Fallschirm bei Strelka runtergekommen. Mein Gott, hüpft doch da über den scheiß Zaun. Und diese Gay-Rolle machen, ey. Was Strelka hast du denn da wieder durch die Gegend? Ich geh schon weiter, ne? Mach gut. Lidl, Lidl, Lidl. Sagst du, Lidl willst du erstmal? Ja, erstmal zu fäng. Ja. Da steht noch ein Umvieh. Oh, hier vorne kommt noch ein Fallschirmverleger runter. Oh, was? Hier vor uns. Ja. Wuh. Ich wurde gerade beschossen von irgendwo. Kugel ist irgendwo nah an mir vorbeigezischt hier. Hallo. Hallo. Vielleicht ein Strelka, noch ein paar Kisten irgendwo. Da kommt das scheiß Motorboot schon wieder da. Ist das diesmal wieder NFC's? Ja, ne? Der Punkt leuchtet rot zumindest bei mir. Fährt aber auch vorbei. Home, sweet home. Ja, willkommen in Strelka. Hier kennt man sich aus. Sind wir oben zur Scheune? Halt sicher, dass. Ich hab auch nur überall AKs auf dem Boden. Meine Maus fühlt sich so langsam an. Also bei mir ist das auch noch komplett ungewohnt, wie dann hier diese Umgewöhnung. Oh, ich leg da noch DMR, ey. Was? Hier. Willst du mich verarschen? Ich hab ne DMR, ne? Das Zero ist aber auch mal komplett weg. Ich treff wahrscheinlich eh nix mehr mit dem Ding. Ah, doch. Ja, das ist auch ein, zwei Testschüsse. Na ja, zweite Zoom-Stufe 400, das weiß ich noch. Das klang ziemlich nah. Oh, hier sind sechs DMR-Magazine drin, falls du willst. Oh, ich hab ihn nicht so lange. Egal, voll klauen hier. Mach mal, mach mal den Mann mit der dicken Waffe vor. Hier war vorhin so ne Party. Ich linse erstmal nach da oben. Ah, bin ich nicht komplett außer Atem mehr. Habt ihr denn gerade geschossen? Also auf dem Turm seh ich nicht. Alter, ich hab eigentlich das Gefühl, meine Maus staut. Oh, da rennt einer. One Shot, One Kill. Ich kann zusammengezuckt bin, weil du geschossen hast. Das war der Strelka, Mann. Oh. Hast du so fast geschossen, da? Nein, 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 nein. Ich hab ne M249. Ich hab ne M249. Das ist Feuerwehr, oder? Ja, aber ich denke mal ganz oben. Und hier ist eigentlich Sachen. Busch, lass mich durch. Lass mich durch, Busch. Ja, also natürlich von hier sieht man auf dem Feuerwehrding nicht, weil da die kleine scheiß Mauer ist in die Richtung hier, ne? Ja. Den Rest seh ich nicht. Von dem... Falls er auf der tieferen Etage ist, seh ich ihn nicht. Machen wir erstmal einen Fehler, jetzt gehen wir erstmal aufs Dach. Also, ich seh ihn. Oh, doch, er liegt, ähm, er liegt auf dem ersten Dach. Er liegt aber hinter dem Turm. Glaub, ich hab da grad ne Bewegung gesehen. Ja. Da robbt immer was. Ach ja, hab ihn auch kurz gesehen. Ja, er wollte sich glaub ich grad irgendwie... Er wollte aufs Dach hoch. Achso, ja. Hat er den denn für ne Waffe wohl? Das hab ich nicht so schnell erkennen können. Hier läuft doch irgendwo auch noch ein Propeller, oder wat? Auf zur Schule, äh, Schulfeuerwehr, Feuerwehrschule. Willst du zur Feuerwehrschule? Ja, einmal gucken, was er dabei hat. Ein Schuss kam aus Streeker gerade, mein ich. Ein AKM-Schuss irgendwo. Oh, da kommt einer auf dich zu. Von wo kommt er rein? Der rennt hier hinterher. Vorne, hinten. Vorne. Rennt wieder, das ist gleich wieder der Typ wieder. Oder, ist das Rames gewesen? Ja, 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 ja. Alter, ich bin so froh, wenn meine neue Maus kommt, ey. Diese Maustaste hakelt immer noch rum. Oder? Wolltest du geschossen gerade? War das noch ein Revolver schossen? Nee? Nee, Revolver schossen war das nicht. Aber das war eine Pistole, oder? So was, kann das sein? Bist du jetzt hinter der Feuerwehrschule, oder? Nein, 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 nein. Ich komme jetzt sofort vorne raus. Aber ich höre ein Auto. Ich höre noch kein Auto. Da kann auch weg sein. Kann ich da nicht hoch? Das wäre cool. Ich bereche immer die Beine dabei. Oder ich glitsche einfach durch. Und jetzt komme ich raus. Jenny? Ach, viel zu hoch. Der wird sich nicht wirklich interessieren. Ich sterbe jetzt, weil ich das gesagt habe. Ja, zack, bist du explodiert. Ich glaube, ich glaube, ich gucke noch mal auf den Turm da hinten. Da höre ich gerade wieder Schüsse. Meine hübschen kleinen Büsche hier. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung mehr vom Aiming der PKP, aber alles gut. Oh, hier ist der Zahn ja zu Ende. Oh. Ich wollte mich da so schön gemütlich jetzt in die Ecke stellen. Ich glaube, die beschießen sich alle unterhalb des Turms da oben. Oder sie sind halt auf der abgewandten Seite da oben irgendwo. Oh, da kommt ein Jeep angefahren. Aus dem Westen, Richtung Strelka. Dieses zweite Weltkriegsding wieder. Ich bin ja mitten in Strelka. Ja, jetzt sehe ich ihn leider nicht mehr. Er ist jetzt hinter der Kuppe, aber ich glaube, er fährt da die Strecke weiter. Da ist noch ein Fallschirmspringer am Turm. Scheiße, jetzt kommt das Jeepgerät hier vorbei oder nicht? Okay. Ich glaube, er ist an der Schule Richtung Strand. Ich meine, er ist am Strand unten. Habe ich ihn natürlich aus dem Blick verloren, den anderen. Was macht der Heli da jetzt? Er schießt einmal. Ich mache jetzt den größten Fehler, den man machen kann. Da ist nämlich eine Wachenkiste gespawnt. Mein Interesse, ey. Wahrscheinlich sind es jetzt 10 Minuten, wo wir nicht on waren, wieder hier richtig actiongewiesen. Und jetzt sind wir wieder in Strelka und keine Sau interessiert sich mehr dafür. Und die Karre am Strand fährt wieder. Oh, warte mal, die Karre kommt. Kommt der reingefahren? Weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall eine Kiste mit Maw. Schön mit Raketenwerfer. Ach, da fährt er. Oh ja, ja. Ach, das ist ein Ding. Der ist gepanzert. Er ist an mir vorbei, jetzt bei der Feuerwehr. Ja, ja. Steigt er aus? Ach so. Du hast einen Raketenwerfer gehabt. Alles klar. Ich habe ihn getroffen. Ich dachte, ich dachte, den hier wird abgesnackt, ey. Da höre ich ja noch ein Auto. Ah, ich habe noch eine. Ich bin Sergeant, jawohl. Hallo, lass mal ein schönes Ding, was du da hast. Ich habe ein dickes Ding. Ja, irgendwo Richtung Feuerwehr höre ich noch ein Auto. Oh. Sagst du, hast du noch mal ein Rohr frei für ihn, ja? Oh, Falschärmspringer bei mir. Ah. Oh. Der KB. Nein. Bei mir sind zu viele Bäume. Oh. Hast du ihn weggemacht? Nein. Ich sehe ihn auch nicht. Ach, da ist er. Hinter mir ist noch einer. Scheiße. Den habe ich nicht gesehen. Der hat irgendwo aus dem Busch geschossen. Ja, das waren schon wieder zwei Leute. Nein, das waren mehr als der. Aus meiner Richtung kam auch gerade noch einer. Das letzte Mal muss ich doch nur beschweren. Ich bin direkt über Strecker gesporned hier. Nein. Ich bin nicht. Man muss sich nur beschweren, dass hier nichts los ist. Dann kommen sie auf einmal alle angetanzt hier. Das waren, glaube ich, drei auf einmal jetzt. Da fährt doch irgendwo was durch die Gegend bei mir hier. So, ich bin direkt wieder in Strecke. Und ich werde beschossen. Ja, ich habe mal so einen random spawnen probiert. Anderes Ende Flugzeug. Kann das Enemy just enter the area? Dann, let's do AKM's Milizen. Jetzt wird gleich hier in den Lader und dann kommt man kurz hoch. Das ist hier, glaube ich. Aber irgendwie macht hier gerade einer richtig Stress mit dem Granatwerfer von, äh, vom Humvee hier, glaube ich. Achso. Ich laufe jetzt mal in die erste Schule, die ich hier sehe und dann mal gucken. Irgendwas wird passieren. Aber was genau, das weiß man bis heute noch nicht. Zumindest bis jetzt noch nicht. Der M8-Schütze scheint noch hier zu sein. Ich habe auf jeden Fall beide Leute, die von vorne angebracht. Ich glaube, der M8-Schüsse hat gerade der auf den Heli plattgemacht, oder was? Ich glaube, der ist auf der... Ach, da ist er da. Ne, falsch, das war ein Busch. Ja, genius. Ich meine, der ist auf der Schule. Äh, auf der... Naja, du weißt, Feuerwehrschule und so. Mach ihn nass, den Busch. Irgendwo auf der Feuerwehrschule ist er, der Typ. Oder dahinter, oder da unter, oder so. Krieg wehs doch auch nicht. Haben wir die Leiche eigentlich noch da? Oh, da ist doch einer gerannt gerade. Ich habe doch da was gesehen gerade. Ihr schlangen über die Kugel an. Ach, da. Ach, habe ich den echt nur verletzt? Das nicht verarschen. So, ist er. Ach so, war das so, dass die Leichen, äh, die, die Leichen, die spawnen immer gleich? Äh, ne. Oh, hilf. Oh, ich bin gerade erschreckt. Gerade hinter einer Ecke versteckt. Und nachladen. Kommt von hinten wieder einer an, ey. Ach, ja, nein. Guter, gutes, altres, jutes. Was machst du da, Merfield? Du verrückte Nudel. Ich bin hier gespawnt. Ich komme mal dazu. Hallo, Red, hallo. Bist du schon da? Ich bin quasi ein paar Meter neben dir am Fallschirm. Und vor allem im Duschdreel links da schießt wieder irgendwas Sniper-mäßiges. Also nicht der eine oder der andere da im Nordosten. Ich bin wieder weg. Ich bin aufgekommen und dann bin ich um den Tod umgekippt wieder. Irgendeiner hängt da, glaube ich, in einem Geschütz oder in einem Auto oder sowas. Direkt, das müsste es da nicht beschießen können. Also irgendwo da an der Ecke war der. Oh! So, jetzt bin ich super sicher. Ich bin direkt über dem Airfield am Fallschirm hier. Alter! Muss ich das mal an den Eberlein zu schießen? Oh, ich höre das Auto. Oh, was ist denn raus? Ich bin in der Schule. Aha. Ich bin im Treppenhaus. Oh, Nenphi. Bald geneigt, die mitzunehmen. Was ist denn hier überhaupt los? Was ist denn hier für ein Radau? Was liegt da? Oh, cool. Guck mal. Eine Mod 0. Mom, mom, mom. Ist frei, sagst du? Kann ich passieren? Warte mal, der streicht, der Blau kommt. Oh, er hat einen Schuss seit langem wieder dem. Oh. Ah. 100 Meter, du. Toll. Ich hab nur meine Nase gerade mal aus dem Hangar bei dir da rausgestreckt und bin direkt wieder umgekillt. Mano. Ja, den Schuss hab ich da auch. Ich hab das technisch gut einordnen können. Der muss ja, ähm, Hanno, gut, der kann auch von der anderen Seite vom Airfield geschossen haben. Also, ich stand, na, die Öffnung ist halt da in die Richtung. So, mal gucken, ob ich's jetzt zu dir schaffe. Jetzt bin ich auch wieder fast in der Nähe gesporn. Warte mal, da einer? Ich weiß nicht, ob da einer liegt. Oh, da kommt ein Feilschirm. Mann! Wo? Feilschirm-Fahrer, sie geht direkt auf deinem Gebäude gleich. Jetzt, ähm, also weg. Von, die, die Startbahn quasi runter in die Richtung. Dieser Swim-Blablabla-Typ, der hängt da immer noch irgendwo in nem Auto, Alter. Der spasst. Der wartet immer so lange mit dem Schießen, bis man auf dem Boden ist und sich grad wieder halbwegs orientiert hat. Muss ja irgendwo da unten sein, oder was? Willst du mich verarschen? Wer schießt denn jetzt schnell da auf mich hier? Hier berggegenüber ist einer. Auf dem Berg gegenüber? Ähm, ja, der Berg nach Nord-Ost-Ost, hinter den Hangaren. Kannst du nicht mal hier nach Westen gucken? Und hier ist irgendwo dieser Typ, der mich schon zweimal weggenascht hat. In deine Rechte? Oh, da rennt einer. Ach! Oh, cool. Ich hab vor mir einen gesehen und von links hab ich Schüsse gehört. Den glaub ich von ihm umgekippt. Ja, auf jeden Fall ist da, sind da mehrere Leute. Ich hab doch das Gefühl gerade, ich häng immer an der gleichen Ecke Halo Jump hier. Bin ich wieder hier oben auf dem Berg. Hier war ich eben schon zweimal. So, ihn hab ich auch. Wow, da sind schon mal harte AK-Schüsse. Komm hier gar nicht weg. Ich komm gar nicht hin. Was ist schlimmer? So, wenn jetzt, aber jetzt bin ich so nah dran bei dir. Guck mal. Bin quasi direkt am Treppenhaus gelandet jetzt. Ich komm jetzt rein. Ich bin oben gerade auf dem Dach umgelaufen. Mein Schies, aber ich hör Schritte. Aber die dürfen von dir sein. Ja, ich bin im Treppenhaus jetzt. Ja, ich bin im Treppenhaus jetzt. Mal gucken, wie lange ich sie überlebe. So, ganz oben bist du, so hast du? Hast du ne Dimmre, oder was? Hast du ne Dimmre? Na hier. Du hast doch ne M4 deine Hand, oder nicht? Ach so. Stimmt, man konnte ja die Wiepen switchen hier, ne? Weapon switchen, meine ich. Ja. Dann guck ich mal, was hier noch so liegt. Beziehungsweise kann ich ja hier unten meine Dings wieder aufnehmen. Meine M240. Was denn jetzt? Warum kann ich da nicht runterziehen? Alter, ich muss dich verarschen. Oh, Fallschirm. Du bist hier direkt am Fuß runtergekommen. Oder? Am Fuß? Ah, das ist schon ja richtig. Ja, am Fuß. Ja, am Fuß des Erfels. Am Fuß des Achlecken. Ich geh mal in die Etage tiefer. Da hat man ein bisschen mehr Deckung, finde ich. Hier steht mehr Blödsinn rum. So, jetzt guck ich erst mal in die Richtung, von wo ich dann die ganze Zeit abgeschossen wurde. So, was haben wir hier unten noch liegen? Der Typ war übrigens verhältnismäßig lange an dem Wagen, ne? Ich laufe da jetzt mal hin. Meinst du, der hat Sachen gehortet? Es schien ja sehr interessant zu sein. Von wo? Keine Ahnung. Das ist dieser Swim Swim. Das ist dieser Scheißtyp. Der hat mich die ganze Zeit wegsnackt hier. Nein, das war Santa Muerte. Nee, aber der Swim Typ, der hat mich auch zahen weggeknascht. Hast du ungefähr jetzt anordnen können, aus welcher Richtung? Nein, nein. Absolut nicht. Ich hab auch keine Ahnung von wo. Aber ich meine, der muss in der Karre hängen, oder was? In irgendeinem Auto? Unter mir sind zwei. Warte mal. Beweg dich. Wo sitzt der Spack? Der versteckt sich bestimmt in dem roten Golf 4 da unten im Kofferraum, weißt du? Und er steigt jedes Mal aus, wenn er was sieht. Ja. Das ist ein super Trick, oder was? Okay, 180 Meter ist doch nicht mehr so. Wow. Langsamer. Random Halo Jump. Ich komm aber jetzt auch immer mit jemandem in der gleichen Position raus, find ich cool. Wo ist der Kerl? Ach, ich hab ja auf die falsche Zahl geguckt. Ich hab hier grad Schirte gehört. Oder ist das die ganz normale Paranoia? Das ist die ganz normale Day-Z-Paranoia. Hat sich echt gut versteckt, der Kerl, ha? Der liegt einfach hinter dem Busch. Aber echt, dann zeint der sich auch nicht zu bewegen die ganze Zeit, ne? Der bleibt einfach die ganze Zeit in diesem Busch liegen. Oh, da rennt einer. Ähm, falsch. Und dahinter kommt noch einer runter, ja. Süden? Ne, nach Westen ist das. Ja. Oh, ne, guck mal. Der andere wurde wieder von dem Swim-Swim beschossen. Der wurde da hin. Und das überfällt die Richtung näher an? Also, ich weiß... Oh, da hab ich was gesehen, glaube ich. Ähm, ich hab gesehen, wo der Typ ungekippt ist. Auf den er geschossen hat, weißt du? Aber... Irgendwo ein bisschen auf dem Berg hoch. Oh, jetzt kommt ein Auto hergefahren hin. Oh, das ist ganz schön schnell, das Fahrzeug. Ach, du fährst. Ja, auf jeden Fall von dem Ding hier irgendwo auf 300 Grad, würde ich schätzen. Achso, Richtung Westen. Ja. Irgendwo da... In meine Richtung, wo ich jetzt langfahre. Aber über dir ist ein Fallschirmjäger, ne? Ja, so da das ist. Ich bin gepanzert. Ja, da läuft einer. Jetzt werde ich beschossen. AKM-mäßig. Ja, die Typen da unten am Strand hab ich nicht erwischt gerade. Ja, aber hier bei mir ist einer, ne? Ja? Ja, hat sich erledigt. Tschüss, Barbie. Hast du ihn umgefahren, den armen Kerl? Ja. Pass auf, du wirst bestimmt wieder von dem Slimboch gleich erschossen, ey. Angeschossen. Angenascht. Aber am Strand war noch ein Giliwan, oder war er das? Hier liegt einer. Hier, guck mal in meine Richtung jetzt genau. Erste Tannenreihe. Siehst du den? Tannenreihe? Ach, da. Guck mal in meine Richtung. Ja, ich guck in deine Richtung. So, und da ist vor mir die ersten Tannen. Mhm. Da ist ein Stein davor. Nee, da liegt einer. Kann ich leider nicht einsehen von hier. Das ist bestimmt der Schwimmbock. Ja, ich wurde gerade versucht. Oh, jetzt wurde ich fast getroffen. Hier ist bei mir auch einer irgendwo beim Undurchstrill. Ja, mach den weg. Ich? Bei dem Undurchstrill? Ja. Oh, da ist noch einer. Die Schule. Schule ist noch einer. Guck mal, wen ich erschossen habe. Ähm, da ist noch einer runtergekommen. Fallschirmjäger. Norden von dir aus. Einer ist bei mir hier irgendwo. Und einer ist auf der Schule. Ich habe Swim, Swimby erschossen. Oder Swimby, Swimby. Das ist schön. Also, bei mir ist einer. Hast du gehört, ne? Ja, ja, ja. Und ich versuche jetzt kurz mal den Typen hier auf der Schule wegzunaschen, wenn ich ihn sehe. Aber er ist gerade in dem Gebäude. Auf der Schule, sagst du? Ja. Ich komme jetzt auch wieder in deine Richtung. Die linke Hälfte von diesem oberen Geschoss. Ah, da ist er. Jetzt habe ich ihn kurz gesehen. Oh, er guckt zu mir. Jetzt nicht mehr. Schule gerade. Er hat eben kurz gescannt über die Industrie hier. Ja, er hat auf der anderen Seite einmal lang geguckt. Habe ihn aber nicht getroffen. Ja, habe ihn gesehen. Ach, scheiße. Er ist reingerannt. Ach, jetzt ist er wieder rausgerannt. Ach, scheiße. Ja, der Typ ist auch oben drauf jetzt, der Industrie. Nimmt sich meine DNA jetzt wahrscheinlich. Ja, der Typ ist auch oben drauf. 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 Ja, der Typ ist auch oben drauf.